Hallo, ich zeige euch heute, wie ich mein Snowboard mit einem Galaxy-Muster verziert habe. Mich würde interessieren, wie ihr es am Ende findet. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit und bin froh, dass ich jetzt ein einzigartigeres Board habe. Wie es euch am Ende gefällt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt auf eure Meinung. 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 Ich bin 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 gespannt auf eure Meinung.